Hallihallo! Willkommen zurück YouTube! Willkommen bei meinem Let's Play von Baldur's Gate 3. Wir sind jetzt gerade in Akt 3 angekommen, wir haben schon ein paar Gespräche im Lager geführt und bewegen uns jetzt mal schlafen, weil es wurde uns gesagt, eine Rast noch bis Baldur's Tor. Bis dahin! Wir gehen wieder rein. So, das schneide ich dann noch zusammen und so. So, ähm... Wissen Sie meinen Parasiten und Regiösen waren befreien oder sie zum eigenen Zweck einsetzen? Ich will mich nur von diesen Parasiten befreien. Ich werde alles dafür tun. Die Außerwilden haben versagt. Aber ich werde die Welt beherrschen. Wenn die Zeit gekommen ist, entscheide ich mich spontan. Ich werde alle von diesem Bösen befreien. Ich werde Baldur's Tor retten. Ich werde nicht lange warten. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Hör me! Rrrr! Dadda! Loretta! Ich werde nicht mehr abgeschirmt. Oder doch? Ich werde dich weg. Und resiste damit. Geht, Yonка! Da, bin ich! Und meine Filter. Oh, Lanconomische đang gehalten! Okay, ihre Stimme befehlen. Schaden pro Zug. Okay, die Angegreifen. Dann hätten wir vielleicht mal Lesel dazugenommen. Dann hätten wir vielleicht reden können. Das sind anscheinend alles irgendwie Kampfmönche, so wie ich das sehe. Aber die kommen nicht mit vollem Leben hier an. Das ist ja spannend. Die kommen ja nicht mit vollem Leben hier an. Doppel-Krit. Gegner down. Geil. Dann kannst du noch da hinrennen. Servus. Aber wir werden ja gerade sprinten und zuschlagen. So, fuck. Könnte ich jetzt ein Nachteil sein? Warum bist du ein Nachteil? Nachteil durch Ausrüstung? Warum bist du ein Nachteil durch... Nee. Weil das mittlere Rüstung ist. Ich vollidiot. Scheiße. Ich vollidiot. Deswegen hat er den nie gehabt. Komm, wir haben direkt was zum Beißen. Das Monk ist ein Dash mit einer Bonus-Action. Ja, aber der hat... Achso. Ja. Stimmt. Das Monk ist ein Nachteil. Ich will einen Nachteil. So einen Mondstrahl machen oder halt Flammenschlag, ich weiß mal ein bisschen wie ein Flammenschlag aussieht. Kaboom. 0 0 11 9 wait, wir haben keine Resistenzen. Okay vielleicht hast du doch ein paar Sachen. Schoss abwehren wahrscheinlich und so. Amoritz, Stufe 3. So. So einen Beherrschen, der ist halt fast tot. Brauchen wir glaube ich nicht. Zerbersten. Vicky, kaboom. Wow. Ihre Stimme verwandelnd. Und nach Belieben der absoluten Gemartheat, die Kreatur leidet ein Malus von Zweifel. Intelligenz, also Rettung kann... Oh shit. Na gut. Wer ist denn da noch? Oh da ist ja noch einer. Ja. Ja. Wie jetzt erst. Kaboom. Niedergeschlagen. Schweinehai. Wie auf kann der dazuschlagen? Meine Fresse. Kann der dazuschlagen. Hm. Ja da. Ich kann mich tanzen. 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 Hopp. Ich kann mich tanzen. Coole Kamera. Sehr gut. Läuft. Ich renne auch mal da rein. Den kann ich aber nicht treffen oder? Doch da. Da war ein Crit dabei. Also müssen wir das total zerstören. Aha. Das ist das Problem. Aua. Da kommen Leute raus. Okay. Da rennen geht Janki. Warum? Irgendwas habe ich nicht verstanden. Vielleicht hätten wir doch in die Krippe, zur Krippe gehen sollen. Weil die prügeln auf das Ding ein, oder? Bin ich blöd. Aber das ist doch unsere Abschirmung, oder? Von dem absoluten Elderbrain und so. Ist das nicht voll dumm, das kaputt zu machen? Ich bin hier. Hilf mir. Ich bin unter Attack. Ach. Gut läuft. Ja, ist mit Ruhe. Zeit um zu drücken. Wo soll ich hin? Durch da rein? Die Gedanken sind jetzt auf meiner Seite, hätte ich vielleicht mal eher noch machen sollen. Ähm. Ich hätte von da oben angreifen können wahrscheinlich, ne? Ähm. Let's go. Wie oft habe ich das noch? Kampfrauschladung. Also hier, Kampfrauschladung 3 haben wir noch. Ja Gott, das reicht ja noch ein bisschen, oder? Tapferkeit unterlegen, Waffenverzauberung. Kann ich mich so hinstellen, dass ich euch beide treffen kann? Kann ich. Nice. Wir wurden nicht umgeworfen. Für den komischen Monkey Monks. Zwölf. Ich mag Kalach. Kutsst du es nicht an? Es ist nicht vorbei. Komm zu der Skull. Haben wir niemanden gelootet? Nooo. Göttliche Knochenscherbe. Kirenhaar. Planetare Feder. Und jede Menge Intellektverschlinger-Gehörner. Psychische Resistenz. Ich glaube, den werde ich nicht herstellen, so wirklich. Aber wir kriegen jede Menge Gehörner. Okay, wir sind auf dem Weg. Ja, ja. Ähm. Dahin, I guess? Was? Bebe muss. Hopp. Ich hab das Gefühl, hier springen nicht alle hinterher. Du springst hinterher, du aber nicht. Bin auf dem Weg. Ich hab keine Zeit, um zu resten. Es ist nicht vorbei. Komm zur Skull. Ach, nicht so'n Stress. Oh. Bist du unser Beschützer? Nee, bist du nicht. Bist du ein anderes komisches Ding. Oh, und da ist ein Mine-Flayer. Ja. Jetzt ist die Frage, aber die Mine-Flayer waren halt auf unserer Seite. Ich verstehe noch nicht ganz, auf wessen Seite wir hier eigentlich sind. Gott, wenn du nichts machen nachdem, ich bin dein Schlag. Wie? Oh, doch. Ich bin derjenige, der zu dir in deinen Tränen kam. Du hast ein Kind aus einem Viper, zurück in der Trumannsgröde. Du hast die Asimah-Nightseel aus ihrer Seelgäge. Deine weiteres Existenz ist dir selbst und nicht ein Mindflayer. Das sollte all die Wahrheit, die du brauchst. Jetzt, hilf mir! Dafür. Für die Sachen. Um uns zu schützen. Während deiner besten Attempts zu sein, die Mindflayer ist überall. Du blunderst in ihrer Präsenz, wie ein Walkpup, die lernen zu gehen. Du musst blöken. Ich erzähle dir meine Gedanken direkt in deinem Kopf. Aber wenn du es aufhörst, auf zu schauen, dann bist du mein Guest. Nichts in dein blöken Existenz zu date könnte dich vorbereiten für das. Als das Horror subsides, du bist nur mit nur einem Coherenten Gedanken. Du musst, was du kannst, um den Githyanki zu machen. Happy? Jetzt, mit mir. Kampf! Zusammen. Wir können die Tüte drehen. Das ist so mein Tipp. Wir können die Tüte drehen. Ich will den Bläser mehr. Der wird bedroht. Das heißt, ich kann meinen, genau, Entfernungshinterherdigen Angriff machen. Und mich dann verstecken. Verstecken wird irgendwie schwierig. Aber wir nehmen den Höhenvorteil hier. So ein Nansky. Holy fuck. Oh. Hat er kommt runter. Das ist sehr schön. Oder auch nicht. Je nachdem. Also nicht schön meine ich. Stecken wir hier erfolgreich. Wie viele Rettungswürfe er machen musste. Oh. Aua. Warum auf Konzentration? Destroi die Honor Guard. Was? Destroi die Honor Guard. Wait, wait, wait. Was ist unser Auftrag? Destroi die Honor Guard. Die gibt es ja auch noch. Orphische Gunst. Aus dem Gleichgewicht. Bluten darf ich ihn aber nicht. Lass mal. Jetzt ziehen wir uns einmal von vorne nach hinten durch, würde ich sagen. Hat er irgendwelche Schutzresistenzen? Nee. Dann können wir auch mal die nekrotischen Schutzgasen benutzen. Achso, wir haben keine Aktionen mehr. Abkast. Weiter geht's. Was soll ich denn den da oben machen? Die Idioten. Wäre nämlich bedroht gewesen. Mit mir wird gerade rumgefahren. Kann ich dich einfach runterschubsen? Komm nicht ran, oder? Weg ist unterbrochen. Jetzt bin ich eh schon gesprungen. Jetzt kann ich es auch nochmal versuchen. Magischer Hinterhalt weg. War ich zu nah dran gestehe jetzt, oder was? So, mal versuchen wir eine Runde zu werfen. Kein Head von beiden. Das ist schlecht. Ich glaube, ich werde erstmal den rausnehmen. Ich glaube, wir können aber das mit dem machen, dass wir uns heilen. Oder auch nicht. Ich glaube, wir haben keine Träger. Zuruf jetzt! Attacker! Wurzger ist da rausgenommen. Ausi! Ausi! Nice! Ausi, nochmal! Nice! Oh, wir können da hochspringen. Hallo! Guten Tag! Geht auf mich! Achso, sie ist jetzt auf unsere Seite. Nicht genug Bewegungskater. Na dann... Wechsel das an. Was ist deswegen so Schutzgeister weg? Müssen wir den kaputt machen? Wait. Der Gefallen-Gedianke steht kurz davor, mit Hilfe seiner Verbündenden auszubrechen. Der Gedankenschwander kämpft darum, ihn im Griff zu behalten, ohne unsere Hilfe, wird er es nicht schaffen. Wir müssen Gedianki Angreifer besiegen. Okay, wir müssen den Gedianki Angreifer besiegen, sagt er hier. Ich besiege den Gishra und... Hm. Habe ich ihn trotzdem? Ist unterworfen. Tja. Dann springen wir halt irgendwie dahin, vielleicht. Um dann nächste Runde hochzuspringen, würde ich sagen. Aua! Wir trinken erstmal was. Aha! Arschkeks. Ist irgendwie wurscht. Kannst ja nicht sprinten, du Ding. Du Ding kannst ja nicht sprinten. Jetzt muss ich gucken, wie ich da überhaupt angreifen kann. Ähm... Indem wir Nebel schritten hier hoch, glaube ich. Ich kann ja nicht runter an... Ich kann ja runter angreifen. Aber nicht damit. Nur damit. Das macht null. Wow. Aber jetzt ist es nicht mehr unterworfen. Das ist ja ein Problem. Bin ich ehrlich. Ich kann auch nicht mehr unterworfen. Ich weiß nicht. Ähm. Wenn ihr alle da unten seid. Rübeln wir doch auf dich ein. Und nochmal. Dankeschön. Gönn. Göttlicher Schlaggift. Waffenaktion. Au. I guess. Waffe wieder ran und raus. Find ich gut. Find ich ne gute Option. Kann ich auch für free Damage drauf machen. Kann das sein inzwischen? Mit dem göttlichen Schlag. Könnte jemanden telekinesen? Ich darf ihn aber nicht weg. Also nicht runter telekinesen. Nicht in den Abgrund. Anscheinend. Darf ich nur auf Dinge drauf oder runter oder hoch? Das ist ja blöd. Okay. Dann habe ich... Das habe ich mir anders vorgestellt. Bin ich ehrlich. Das habe ich mir anders vorgestellt. Personen beherrschen. Dann halt Strahleübelkeit. Dann halt Strahleübelkeit. Das ist ein Kind. Das ist das Kind. Ach nee. Das ist das End. Aber das ist eigentlich geabcastet bei uns. 10 bis 40 ist hier nämlich deutlich geabcastet. Ach, was soll's. Blitz, blitz. Gange zu 5. Nice. Nice one. Nehmen wir erst mal den raus. Nice. Ähm, stecken wir uns. Wir gehen hier hin. Könnte ich den verprügeln oder was? Ich dachte, wie soll die Angreifer töten? Danke. Das war zu nahe. Schau mich an mich so. Ich bin ein Mindflayer. Ja. Ich fühle mich hier nicht wohl, in der Gesellschaft. Von all den Dingen, die zu sein. Ein blitziger Mindflayer. Ähm, ich frage euch, wer seid denn? Brauche ich einen Namen? Ich hatte schon immer den Verdacht, dass ihr ein Gedankenschunder seid. Warum habt ihr mich die ganze Zeit über getäuscht? Ihr braucht einen Namen. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers, on a search for treasure. To a colony of Mindflayers, who caught me, changed me into what I am now. Aber du bist anscheinend nicht mit dem Gehirn verbunden. Warum? For years, I served the Elderbrain. The one you know as the Absolute. I was a troll like any other. But I was fortunate. I broke free. How? Und warum? I started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous. But there are plenty of them. Rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Juke Stilmayne. We formed a partnership. And through her, I became the governing force behind the knights of the shield. The largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence. Though of course, they had no idea what I really wanted. It's just not the obvious look at all. It's not the obvious look at all. I was happy for a while. Until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He took me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call me Emperor. The name was intended as a slave. To remind me of the heights, from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well, who I became. Yeah, hätten sie anders darstellen können. Fürst Gortash war einer der Auserwählten der Kolonie. Musstet ihr die Gehirne von Verbrechern essen? Also erzählt ihr mir, worum es bei dem Kampf ging? Worum ging es bei dem Kampf? Oh. Der Son von Gith, sie selbst. Sein Kraft hat die Grundlage von deiner weiterentwickelten gegen die Gehirne des Absoluts. Der Kraft, der Kraft, der Kraft zu beschützen, die Hive-Mind-Kommunikation. Es ist das gleiche Kraft, das hat Orpheus' Mutter gefordert, der Fall des älteren Älteren eons vor. Eine Kraft, die sie ihm überfordert, und er hätte uns geschützt. Wenn Orpheus' Mutter left, ein Usurper nahm sie Platz. Vlacketh erklärte sich eine König mit den Githyanki. Vlacketh wollte seine Kraft, aber Orpheus rief gegen sie und so sie sie und ihre Hohne-Guard. Das ist in dem Prisma, okay. Glaube ich irgendwie nicht. Ich bin entschuldigt. Du hast dein Potenzial genug genutzt, dass du sie mir helfen kannst, zu eliminieren. Allein. Orpheus wird viel einfacher zu kontrollieren. Tut mir leid, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mich hier falsch entschieden, aber das würde so sein. Ich habe halt zu schnell entschieden. Ich glaube, ich hätte nicht kämpfen sollen. Ich denke, wenn wir ihn befreit hätten und uns rausgehalten hätten oder wir hätten die Geschichte von Orpheus aufklären müssen, hätten wir ihm wahrscheinlich, wenn wir Laser gehabt hätten, den Githyanki beistehen können und dann hätten sie uns wahrscheinlich geholfen, dem Einfluss zu widerstehen. Warum hat Orpheus sich geweigert, Vlackith zu helfen? Er ist sehr viel lebendig. Sie hat ihn in diesem Weg gehalten, weil sie so viel Macht erlösen zu erlösen, Macht, die sie ein Tag von ihm ausführen könnte. Wenn der Githyanki ever find out, was sie getan hat, wird es eine Zivilwahrung. Vlackith wird beendet. Ja, Hermes Laser halt nicht dabei, weil ich dachte, wir kommen nach Baldur's Tor. Wir haben die vom Astrat jetzt mal abfahren. Eine, die ich nicht antwortete. Dass Orpheus überhaupt lebt, ist ruinös für Vlackith. Sie hat alles in ihrer Macht getan, um seine Existenz ein secret zu halten. Dass Gortash und die Schönen darüber herausgefunden haben, ist das unmöglich zu erklären. Aber es war wichtig genug zu ihnen, dass Gortash mich erlösen hat. Der Moment, als ich es gefunden habe, habe ich eine Veränderung. meine Freude zurückgezogen. Ich folgte das Gefühl in der habe ich Orpheus. Ich wusste, was die Prism war, die Veränderung. Während mein Körper war in den Prism und meine 脾气 war. Ich konnte resisten die Gebräne, die Gebräne. Aber noch nicht, ich konnte planen sie überwärten. All ich brauchte was Subdue Orpheus. und finden in der Außenwelt. Du. Das wäre eine schreckliche Idee. Im Moment, dass er frei ist, wird er dich attackieren. Deine Defensive wäre, ihn zu töten. Und damit würde er uns beide töten. Während er verabschiedet ist, fühlst du Orpheus' Revolte. Eine pulsende Hütung, die nicht enthalten werden kann. Der Emperor, der sagt, dass die Wahrheit. Sie und ich waren nur noch ein schreckliches Liffid. Du trägst einen Tadpole. Aufgrund der Orpheus geht es darum, bist du bereits Liffid. Ein schreckliches Feind. Just wie ich. Andere sehen mehr ich mit euch spreche, desto weniger schönt ihr mir wie ein Gedankenschünder. Nicht wie ihr, ich bin kein Tide und werde auch niemals sein. Ich hab's nie benutzt. Ich hab's nie benutzt. Ich hab's... ...Skillen auch nicht benutzt. Ich hab's nie benutzt. Das ist anders. Als Alithid, ich hab' fast übergebracht, wer ich vorher war. Ihr, auch, sollt ihr diesen Tadpole erheben. Nein. Mir gefallen eure Andeutung nicht. Ich will es vermeiden, um Gedankenschön zu werden. Ich dachte, ihr hättet eingebildet, mich zu beschützen. Ich glaube, wir haben eine bessere Chance, um das Alithid-Brain zu schützen, wenn ihr eure latenten, lithischen Potenzial erheben habt. Ich habe dich seit einem Zeit lang studiert. Ich glaube, ich kann die nächste Stufe der Tadpole's Lebenszyklen während ich weiterentwickeln kann. Ihr habt gesehen, was ich kann. Mir reichen meine Köfte. Alles schön. Es ist keine Beauty. Es ist eklig. Ich kann dich überwinden. Ich verstehe. Lass uns dann hoffen, dass eure heutige Selbst wird genug, um mit drei Göttern der Tod zu tun und ein gigantes, magisch erhöhtes, älteres Gehirn. Aber in der Fall, dass du deine Meinung veränderst, soll ich so ein Vieh futtern? Das ist irgendein... Geht es, wenn du bereit bist, zu evolfen. Du oder deine Alliere. Es hat genug Vitalität für dich alle. Aber wir müssen keinen Fokus verlieren. Wir müssen unsere Reise fortsetzen. Wir müssen das Gehirn finden. Wir müssen das Gehirn finden und es unter unseren Kontrollen bringen. Strahlberührte Larven erhalten. Strahlkugel der Beherrschung. Ich will was ausprobieren, bevor ich hier ewig wieder... Der Rock des Neuköllsene ist es als stark als ein Mensch. Aber für den murmur der Beherrschung des Kraftes ist es spielend. Aber für den Arm aus dem Türen ist es schmutzig. Aber für den Arm aus dem Türen ist es als stark als ein Mensch. Aber für den Arm aus dem Türen ist es zu schmerzen. Okay, wir können es nicht kaputt machen, dass wir es mehr wollen würden. Schade. Schade. Ich würde nicht die ganzen Intellekt-Verschlinger sagen, aber ich würde die gerne Digit Yanki looten. Die könnten coole Sachen dabei haben. Die sind umgefangen in Cushino. Der Träger bewirkt mit waffenlosen Schlägen zu sich ein Schaden in Höhe. Oh, lol. Gib her. Krank, überlegen Heilung. Stiefel sind geil, klar. Glaube ich. Kaputter Knüppel, kaputter Blabla. Totige Yanki. Langschwert. Kettenblitz. Das kriegt Kader. Kettenblitz nehmen wir. Planetare. Jeder. Das kriegt wieder Kalach. Ich frage mich nicht, warum ich die ganze Zeit die Eisensachen Kalach gebe. Tödliches Phantom. Atom. Hier sind noch tote Getyanki. Immer alles. Intellekt verschlingen, Intellekt verschlingen. Kaputte Pieke. Lernknolle. Was sind denn Lernknolle? Abgrundkriecher. Das sind alles wieder Zutaten, ne? Getyanki-Tafel mit Innschrift. Hier geht nichts. Du bist nicht. Symbolische Zeichen, die über einem vergessenen Text eingraviert wurden. Zwei Figuren, eine imposante Weibliche mit Königin aussehen, ein Teufel mit ironisch charmanter Miene, ihre Hände tauschen, ein Artefakt aus, das Astralprisma. Ähm. Fäben. Da ist noch ein Beutel. Die Eisensachen Kalach. Frag mich doch nicht. So war es. So, ich komme wieder raus. Vermut ich mal. Habe ich jetzt alle gelootet? Ich hoffe. Also alle wichtigen. Einen schweren Stein. Okay. Cool. Dann gehen wir halt wieder raus. Ja, wir wollen die Astral-Ebene wirklich verlassen. Ähm. Hier können wir auch noch looten, ne? Hier waren ja auch noch ein paar out. Ist einfach umgefallen hier draußen. Wird mir die überladen, ne? Logo. Den kann ich mal fallen lassen. Habe ich den verstanden die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt. Und wirkt mir eine Mondlaterne. Die kann ich, glaube ich, mal... Kann ich ans Lager senden. Ich glaube, ich sehe die jetzt aktuell noch brauche. Der willige Verstand. Ich würde sagen, wir sollten nochmal eine Runde rasten. Da ist wirklich Wermut bei dir rum. Guck mal, ja. Von Scha, ne? Von Scha, ne? Das wissen wir jetzt schon. Danke. Ich wollte mit dir kurz über das Problem reden, ähm... Was hier passiert ist. Was geht mit dir ab, Karlach? Das offene Bereich. Hey, Soldat! Hä? Steckt sich in einem nicht verschleidenden Bereich. Wenn die Kreatur gesehen wird, wird sie sofort entdeckt. Hallo, du. Auf sich zu verstecken. Okay. The fuck. Was sagst du jetzt dazu? So, wir ollen unsere Lacken von Tentaklen zu einer der ganzen Kreaturen, die uns gebrochen hat. Ja. Das ist jetzt, dass du gar nicht eure Art aufmachst, auf eine neue Macht zu verzichten. Das war bevor ich wusste, dass ich die Kosten wusste. Bevor ich wusste, dass es das bedeutet, dass es sich in einen grotesen Beest zu transformiert wurde. Ich erinnere mich, wie es schlugte, als ich ein Vampire geworden bin. Mein Körper schlugte und schlugte, während ich wirklich hilfreich war. Die Kreatur von Tentaklen hat mein Herz, als es schlugte, als es schlugte, als es seine letzte war war. Ich... Ich... Ich will nicht mehr in nichts anderes. Ich kann das wiederholen. Ich kann das wiederholen. Ich kann das nicht sehen, dass mein Körper sich überwärts. wollte ich auch gar nicht guter punkt aber ist denn die lave da als lager senden müssen sie aussehen benutzen wir haben große angriffe du hattest doch irgendwann mal noch andere schuhe badische inspiration herrschen ist quatsch und hierüber geschmissen jetzt die brauchst du halt eigentlich auch nicht mehr fersen zusammen klicken ist halt eigentlich wurscht natürlich wir noch sinnvolle schuhe sonst irgendwo viel zu viel kram ich glaube nicht noch mal rasten derzeit nicht möglich also wahrscheinlich noch lange rast klicken oder ja wenn ich pennen schöne für leiche gelegen geil hier versprechen dass wir sie noch mal mit uns reden okay was geht ab wunderschön leid hat nicht mehr schädel hat breit hat vielleicht auch kurs die wir ganz anders aus wie fühlt euch und dann geht es eben ein laketer habe you by my side i don't think i could face what's to come otherwise passt ach so jahre wird jetzt sauer sein die könnte das jetzt sorry nur per seite kann mit leis als her hart riefs ist es sie lernt die events in seite die astral präsent orpheus gifs only son he lives the tainted blood of the mother the traitor prince relax xerai ein höchst mächtiger prinz wenn er es schafft einen tieten schwarmverstand zu blockieren sind verraten wasser getreten black it's head in a gich ploi verheirat listen close the emperor spoke only in half truth for you to know the tale of orpheus you must know the tale of gif and of black it long ago when we rose up against our gay slavers mother gif made for the hells to secure an alliance with the archdevil tiamat tiamat gifted the gith yankee our red dragons gif remained in the hells and tiamat's envoy proclaimed black it our ruler the first black it has many it is black it one five seven whom my people now call queen die ziehen durch einfach wow wie passt orpheus in das bild orpheus was is gith's renegade spawn a gay thrall who would return us to our slavers he convinced his own mother's honor guard to join a coup against black it one he would have fed our empire to the illithids had he succeeded it was kithrak vos himself who slayed the prince in vicious battle or so the vashish teachers yet the traitors with us controlled by that repugnant illithid should orpheus go free he would hand black it's dominion to his gay master glaube ich nicht weil er hasste die litiden also er hat einen absoluten hass gegen die litiden das passt gar nicht zusammen könnte eure überlieferung trauen entweder vlakith karsivim hrathkrachet nur in vlakith können wir Licht finden das ist der kreed ich werde nicht alle 10.000 protokolle über ein sovereignes secret holy moly oh, das ist der kreed hier ist der kreed kreed in githyankis skin und der größte mindmaster für meine Leute ein Wort aus seiner schemmischen Lippen und die Leute mit Angst zwei Wörter und sie würden schreien drei Wörter und sie würden schreien zu den falschen Lippen wie wurde er dann gefangen genommen wenn er so mächtig ist die githyankis würden once mehr und eins von eins die Pläne würden zu den Geich die Astralbrüder Lava Imperatus verspricht außergewöhnliche Macht das wirst du wahrscheinlich auch nicht haben es auch ermöglicht, dass uns außergewöhnliche Verbrauch dieser Ossified Parasite uns nicht mehr aber weniger das ist noch mal eine Meinung ich weiß und ich will nicht und daher passt das was über ihn was über ihn was über ihn was über ihn aber du hast doch schon eine von den Platten gefunden sogar wir müssen dir mal die Platten geben glaube ich warum hat Vlacket vor all den Jahrtausenden Orpheus am Leben gehalten und verlieren kannst woher waren die feindselten githyankis in dem Prisma haben sie aber doch irgendwie geschafft okay du willst auf jeden Fall den Prinzen umbringen wer es weiß ob es zu töten denn Prada nutzt deine Macht um uns zu beschützen meine König würde demand ich schläge ihr größtes Enem ich kann nicht mehr sicher sein Vlacket hat einen Plan und sie weiß welche Part ich muss spielen echt entlohnen wenn ihr tot seid oder der Absolut euch beansprucht und sie kann mich nicht beantworten wenn ich das Empire dem Illithid-Thrall genannt Orpheus Protokoll 301 neither death nor und death may be a hindrance to Vlackets blessing ey jonas scheiß Protokoller Vlacket will know ich weiß nicht was der nächste Weg ist ich weiß nicht was der nächste Weg ist jetzt will ich es schon ausblenden wenn die jetzt weiße Haare hat blenden wir aber aus ähm hier Carla du bist doch relativ chill ne ich kann dich doch mal kurz tauschen oder Ups das war die falsche ich will wüsste ich noch stattfinden wüsste ich in mehr in mehr in mehr interessantes Zeiten wüsste ich in mehr in mehr lustige Zeiten in mehr wüsste ich in mehr Scherz das war Oh, gut. Ich wundere, ob der Geistgegenstände ist. Erst in meinem Herzen. Ich habe einen komischen... Ah, wie gut. Es ist fertig. Jetzt will ich mal kurz nach Typ sortieren. Ich hatte mehrere solche. Lese Sachen. Hier geht die Yankee-Tafel mit Innschrift. Wird die andere nicht mitgenommen oder was? Wir geben auf jeden Fall mal die Sel. Vielleicht nehmen wir die Rudenscheibe auch Brauch. Verpflichtende Anweisungen. Seloniten. Ah, wir haben Holzkohlen noch dabei. Da war ja was. Ich glaube, die andere habe ich entweder ins Lager geschickt. Die Seelen Münzen habe ich auch noch gar nicht eingesetzt irgendwie. Das ändert nichts daran. Wir machen mal kurz den Stufenanstieg. Klassenmerkmal. Unbeugsam. Du wirst zu C wie ein Eisengutel. Wenn dir ein Rettungswurf scheitert, kannst du ihn erneut würfen und stattdessen das neue Ergebnis verwenden. Cool. Das war einfach. Wo ist denn unsere... unsere Truhe? Ähm. Okay. Ich will mit Jaira nochmal reden. Das hier ist ein Ausblick auf die Städte, beziehungsweise die Vorstadt. Nehmen wir es nochmal kurz und werfen es wieder ab, damit es nicht mehr ganz in der Luft rumschwebt. Das nervt mich nämlich. Ähm. Wo ist denn die... Hier ist eine Tür. Okay. Wofür auch immer die Tür ist. Ähm. Wo ist denn diese blöde Truhe? Das ist durch vorne bei Karl Lach oder so. Und ich hoffe, ich habe die Sachen behalten, ne? Sonst wäre es schwierig. Bei dir ist nicht die Truhe. Ich war überrascht, als ich ein Schadowheart überraschend sah sah, mit der Bladen in der Nacht. Aber es war nur die Karte. Die hat sich nicht die Auge geschnitten. Die hat sie weiß gefärbt. Das ist so. Der Fock. Komisch. Da ist die Truhe. So. Die sind ja drin. Ne. Die wollte ich nicht mitnehmen. Achso. Das ist das. Pack wieder rein. So. Das kann Leselma haben. MDRK und Sinsschärfe. Gedanken. Wandler. Hügelang. Nach Typ sortieren. Oh, da gibt es noch mehr davon. Inzwischen neun von den Münzen. Von den Seelenmünzen. ach du scheiße haben wir hier viel zu verkaufen noch man schienenpanzerung kann ich glaube ich auch diese geben ich glaube ich habe das andere nicht aufgehoben ich hatte noch was zu dem im dingens der mit habe ich nicht auf schade doch ophäus teil 1 hat sie verrat ich habe auch teil 3 gefunden aber ich habe eh nicht alle ich glaube ich kann es also eh nicht überzeugen es sinnvoll ist was anderes zu machen schade gut dann jetzt mal lager verlassen da habe ich tatsächlich was in act 2 glaube ich irgendwo liegen lassen ich hatte noch eine platte gefunden da komme ich jetzt nicht zurück die hätte ich einsammeln müssen die ich auf jeden fall mitnehmen müssen nicht idiot damit hat er hat mir charakter sogar gesagt es würde lesel interessieren ich habe es nicht mitgenommen wir müssen finden, wo Gortash und Orin sich selbst bestätigt haben und take their netherstones müssen du es von mir boulder's gate is right over the hills und so ist Kassador 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 und his rite of profane ascension an imperial soiree attended by devils and spawner like a grand ceremony to honor one exalted vampiric master and elevate him to an unfathom station to place him in a position of such a steam the world will yearn to kneel and offer the next we will kill him but there is more to it think about it it sounds like Kassador for all his evil ach so er wollte die sonne than any of my kind of a half so now on the verge of a miracle this may be a beginning not an end i can see myself now lord king master master as the time comes and i can stay one move ahead of him i'll take his place before his blood can hit the floor oh Kassador um nur die Macht zu wollen würdet ihr das Leben der anderen Opfern die das Ritual gebunden sind ich weiß nicht zu recht Raphael sagte dass die schwarze Messe ebenso dämonisch wie tödlich ist ha 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 das klingt nicht so leuchtbar für den glücklichen kleinen Vampir auf der gewinnigen Seite nach 200 Jahren von Scheiße pure Scheiße ich denke dass ich etwas besser deserve also Astarion du hast irgendwie nicht weiterentwickelt Freiheit ist nicht dasselbe wie Macht die Mütte verdient keinen Respekt eins nach dem anderen wir wissen ja nicht einmal ob das überhaupt möglich ist Freiheit ist nicht dasselbe wie Macht all ich sage ist lass uns über das klämer sein wenn eine Möglichkeit für mich zu werden ein mehr magnifizantes wie ich bereits bin warum schlafen sie sich nicht schlafen wir wissen noch mehr über das Ritual bevor wir in die Kassadors vorstehen wenn wir meine alten Kameraden die andere Spawn können wir noch mehr und wir sind endlich für eurem wirklich um zu zu Wenn wir nicht meine Brötlinge finden, werden sie uns finden. Wahrscheinlich mit Bordfangen. Wir sollten sie erst zu kommen. Dann können wir ihren schönen Tonnen sprechen. Wenn Cazadores ihre Ordner verändern, werden sie in den Dänen dieser Stadt suchen. Ich kann ihn nicht finden. Wo sind jetzt Liesel? Da ist Liesel. Hallo Liesel. Ich höre. Ich habe heute Liesel Tochter der Dunkelheit. Warte ein Lager auf mich. Ich glaube, du kannst ohne mich leben. Wie gesagt! hier... Alchemieboot... okay Das ist neu Dadurch überladen wir uns vor allem wie verrückt Ähm Wir werden einen Haufen Shit dann nehmen Karawanenschatulle Reisesack wo nichts drin ist Schlüsselbund wo nichts drin ist Alchemiebeutel wo nichts drin ist Reisesack Schräg Ähm Jetzt tut hier nochmal nach Gewicht Fremdliches Abenteuerpaket Achso da habe ich die ganzen Da ist es Ich bin ein Vollidiot Ich hab's mitgenommen Ich hab's mitgenommen Komm her Leser Wir müssen was lesen Ich bin so doof Wir müssen was lesen Ich bin so doof 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 Und von hummelis gelobt sei Also irgendwie funktioniert die Interaktion nicht. Glaube ich. Ich kann sie jetzt einfach anquatschen und sagen, gehen wir ins Lager. Wir könnten uns in den Stadtbällen vor langem sein. Und ich könnte zurück, wo das alles begann. Das Scharenhänge nach uns ausschalten können. Meint ihr wirklich, wir können sie benutzen, um eure Eltern zu finden? Ich hoffe so. So lange ich bin bereit, um die Mütze zu schlafen, sie haben keinen Grund, nicht zu erzählen, wo ich gehen soll. Worms Crossing ist ein Schaupunkt. Wenn ich eine neue Erwanderung interessieren wollte, würde ich irgendwo vor dem Bruch finden, in die Leute in die Strecke und warte. Die meisten Menschen, die in die Stadt suchen, werden die Flüchtlinge. Ich würde sie schauen, woher sie sich sammeln. Ich bin nicht... Schau. Du kannst mir überreden, dass du ohne mich überleben kannst. Wie du siehst. Weil ich mich ein bisschen blöd finde, dass ich mich nicht mit ihr über das Ding hier reden kann. So irgendwie doof. Ähm, wo habe ich denn jetzt den komischen Abenteuerbeutel? Eisesack. Können wir übrigens auch ans Lager senden. Den Gewicht und so. Gutiges Amulett. Ähm... Blind, solche Mistenbeutel, Schlüsselbund. Chemiebeutel, Schlüsselbund, Eisesack. Hat doch vorhin noch einen. Hat doch auch orange markiert, oder wenn ich doof. Gewicht. Ich habe dieses Abenteuerpaket. Und dann können wir wieder das Neueste machen und dann schieben wir das rüber. Und wir müssen natürlich noch jemanden mitnehmen. Ähm, und zwar hier. Carla. Komm ran. Schlüsselbund, das ist es. Wir sind fast zu der Stadt. Oh, es schmiert das gleiche. 10 Jahre lang, aber immer wieder nach Hause. Unglaublich. Ähm... Los, wir brechen auf. Fuck yes. Was sagst du dazu? Watching gods. But I never thought I would be happy to see the city again. Much less to smell it. The Harper Safehouse I spoke of is on the bridge at Worms Crossing. Okay, wir müssen anscheinend zur Wormbrücke. Da geht alles ab. Auf der Brücke geht alles ab. Was geht bei dir? Warum hast du eigentlich einen Rechenschieber da? Incredible to be back. My home. My city. Freut ihr euch auf eure Rückkehr? Oder wie strebt es euch? Vielleicht auch beides? Baldersgate ist, wo ich erst ein Glas in Toast at the tender age of 14 und so tipsy from wine geteilt wurde, dass ich in Dillard Portiers Buschen pukete. Es ist, wo der Flamengfist mich schastet, nachdem ich eine Pache von einer Karte in der Weine geteilt habe. Ich habe eine gute Karte über sie auch. Es ist, wo mein Vater hat mich taught, eine Rappier zu halten, um die Bücher von der Kirche zu lesen, um das Recht von falsch zu wissen. Hm. Es hat sieben Jahre, seit ich geflogen habe. Es ist kein Paradeus, aber es ist Haus. Und es ist wertvoll, zu schützen. Und du? Die Stadt ist auch deine, wie fühlt es, um zurück zu sein? Inga in Baldustore spüre ich eigentlich nichts, ganz ehrlich, es ist das gleiche Scheißloch wie früher. Ich spüre eigentlich nichts. Ich habe leider in Baldustore nicht so viel zu verbinden. Ähm, wenn wir bitte uns nicht zu akzeptieren. Ja, und es hat eine große Koste. Partial Cereomorphosis. Ich bin nicht so ein Sacrifice machen. Nicht jetzt, nicht immer. Danke. Wir sind uns alle einig, wir wollen nicht Cereomorphieren. So, Astharion brennt da hinten. Wormscrossing. Die willkommenen Matte von Baldur's Gate. Das ist es. Ich bin fast zu Hause. Ich werde euch sorgen, dass Kaso herausfinden können, dass ihr zurück seid. Ich will nicht lieben. Ich habe es nicht so weit zu Hause. Auch mit meinen neuen Vorteilen, er ist noch ein unglaublich potenzieller Vampire. Aber er ist auch arrogant. Wenn er hierher geht, ich bin zurück. Er versucht, mich zu nehmen und sich in den Prozess zu erheben. Dann werde ich mich zu stricken. Wie genau wollte er zuschlagen, er wird nicht allein sein. Ha, 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 neither will I, darling. Mmh. At least I hope you'll come along for the show. But regardless, the plan is simple. Find him, stop him from gaining almighty power, and then really enjoy killing him. And if I can seize that almighty power for myself, well, all the better. Yeah, good, that's what I'm doing. So, what do you think about that? So, what do you think about that? I hope you're doing very well. I hope you're doing well. I mourn the man I knew. He was wonderful. He raised me to serve Salune as my mother, when an emissary of Salune came to our little town, this was like a bird, there. I found last, but he's gone now. But I look after my angel, of course. She's been through more than I can bear to think about. A hundred years in the shadow fell. A hundred years being murdered by Sharyn's over and over. It fills me with a rage, I can hardly contain. Ich glaube, sie ist ihr jetzt ähnlich. Woman, my Elin. But no one could escape such horrors unscathed. She's in my hands now. And I intend to help her through whatever's to come. We'll both of us stand by you when the time comes to put down the horror that threatens this city. We are your allies for life. Come to bask in the glow of the moonmaidens sword? Be most welcome. I hope you're keeping well, friend. Civilization beckons at last. There's no water deep, but Baldur's Gate is a respectable runner up. Or at least a close third. I can only imagine what I could do, were I to adopt the biology of a mindflayer. You've not taken this power for yourself. So I can only wonder, why offer it to me. Ja, den Rest ist nichts besonderes. Worms crossing. The gaping moor of the city. Nature has little control over what happened before the bridge. I have. He speaks to me during my nightly meditations. He is well. And Oliver also. At times they are one and at others they divide. Easier for playing perhaps. And the land thrives also. I doubt you would recognize it. Maybe one day you and I can both return. And see it for ourselves. Hmm, 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 hmmm. Hmmmm. Ok, da haben wir, glaube ich, mit allen geredet? Oh, ne, Schattenhärz natürlich nicht. Gül. Warum, hallo, Lieber. Das klingt mehr Debonair in meinem Kopf. Wie die halt so geschrieben sind dann. Was sie daraus machen, dass es Personen sind. Sofällig gepflegte Stiefel, Rucksack. Entschuldigung. Das war... Geben wir das mal an Schattenherz. Wie macht man sowas? Finster. Ich denke immer, andere Leute wollen, dass es vorangeht. Und dann denke ich mir so, naja, das ist jetzt das ganze Gegenteil von Wrein und ich sag mal, zumal ehrlich, es trägt wenig zur Story bei. So, jetzt sind wir hier wohl an der... in Remington. Ähm, Entschuldigung, ich kann nicht meine Mutter finden. Oh, meine Wache, die werden die... Ähm, ich weiß, wie sie machen, ist ja hier ein paar Münzen. Oh, ähm, danke dir so viel. Ich habe nichts und du kannst nichts tun, ohne keine Koffer. Ich paye dich zurück, wenn ich meine Mutter finde. Viel Erfolg. Sondern ehrlich. Und so habe ich Kompendions, wenn die nur stupide hinter mir rumlaufen und keine Story-Karakter nicht... Ja, aber... Also... An der Stelle war ja, dass mit ihnen reden tatsächlich nicht, dass sie sich die Story vorantreibt. Können wir ja Katze reden. Ich bin nur ein Katz. P-P-Pleis, Das ist doch jetzt wieder verdächtig, wenn sie so... Wofür hast du solche Angst? Da will ich streichen? The place don't... Okay. Weißt du, was mir ja das Motto geschehen ist? Nichts gut, ich glaube nicht. Sie war so sehr sick. Vielleicht hat sie wie ein Katz gemacht und ging weg, um... zu spenden ein... ...lostes Leben. Ist Jena böse zu dir? Jena ist mein bester Freund. Sie ist kind. Help sie, nicht mich. Okay. Können wir mit den Hühnern reden? Nee. Flüchtlinge. Eieieieiei, hier ist ja überall was los. P-Pleis, Meine Füße herrscht. Willkommen in Rivington. Süd, Kostweg. Süd, Wormscrossing. Sohn genug. Und du hast alles... Ich kann nicht sprechen. Sorry. Der kleine eine braucht all meine Atenung. Geil. Reden wir mit dem little one. Do you know, wo wir gehen? Was für ein Kind ist es? Wird es Featherbetten? Featherbetten im Gasthaus. Du bist ein bisschen schräg drauf. Wir haben unseren Sonnen gesagt, dass es ein Freude ist, um ihm die Wahrheit zu sparen. Und wir haben keine Häuser, um zurück zu gehen. Warum gibt es hier so viele Flüchtlinge? Oh, und hallo? Hier gibt es ja jetzt auch tatsächlich Flüchtling, Flüchtling, Flüchtling. Hier gibt es zum ersten Mal wirklich viele Leute ohne Namen. Oh. Faust aus dem Mund. Hallo. Oben nicht? Ah, die angreifen. Deswegen gibt es Flüchtlinge. Der Absolut-Armee rennt rum. Ja, ja, ich hab's kaum gekriegt. Das ist irgendjemand, die Stahlwache. Ein bisschen mehr als das. Du siehst du dir bald genug, wenn du in die Stadt gehst. Okay, die Stahlwache werden wir wohl kennenlernen, wird uns gesagt. Was geht hier oben ab? Schäbige Tür. Oh, hallo. Hä, ich will die Kamera wieder runter bewegen. Alabada, schwere Armbrust. Der hätte natürlich nichts geklaut. Weil das gehört mir ja alles nicht. Habe ich schon du da drüben? Faust Lionel. Hallo. Dank der mächtigen Heilung. Mach schon du da oben. Kein Passage in diesem Weg, ich glaube. Schuhe zurück. Das ist für dein eigenes Gut. Okay. Dann gehen wir halt wieder. Wir wollen hier nicht klauen. Achso, wir können einfach hier runtergehen. Respekt. Wir dürfen hier auch nicht durch. Dann gehen wir mal hier so hingucken. Es gibt wohl Erdbeben. Shit, man. Hey, verbeutelt. Yes. Ausgraben, schätze. Find ich gut. Eiswand, nehm ich. So an sie bis 100, so an sie schauen, na ist klar. Geht hier ab. Noch einmal, geil. Gib mir. Die Flüchtlinge scheinen viele Schätze zu verbuddeln. Luftrollen. Holzkoffer. Essen. Essen haben wir genug, Essen können wir Leuten geben. Wir haben irgendwie immer noch 500 Essen oder sowas im Lager. Wahrscheinlich sogar ja 1000 Essen inzwischen. Also 1000 Rationen. Du, 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 du. Hätte ich auch hier runtergehen können, ich glaube nicht, ne? Hier laufen sie alle rum. Ähm, was geht denn hier ab? Das Platz war leer. Geh die Töne weg von meiner Familie. Was geht denn hier ab? Ich will nur diese unvergleichen Interloper von meiner Familie abnehmen. Geist des frustrierten Manus eintauchen. Bonus hinzufügen. Let's try. Schaffen wir das? Schaffen wir. Göttliche Führung. Ich kann sie nicht hier bleiben lassen. Was ist, wenn die kleine Brack in die Basis kommt? Oh, was ist denn im... Oh, was ist denn im... Ich bin ein Craftsman, du siehst. Schau, ich habe ein paar sehr wertvolle Komponenten in da. Ach, der Wettmotiv. Ich muss das Ganze rausziehen, bevor sie etwas verhörten. Dürfte ich mich dort einmal umsehen? Wer ist denn, du bist du? Zedovia? Die Leute sind aufzunehmen, um in meine Familie zu verhörten. Mach etwas über das. Du hast uns verhörten, um dich und deine großartige Merchandise auf der Straße zu verhörten. Und wir sind seitdem, um unsere destination zu erreichen. Wie ich gesagt habe, etwas anderes ist extra. Das ist die letzte Mal, ich holen jemanden aus der Guilden. Okay, hier ist das extra. Finiess den Job. Bitte zeig dir diesem Medler etwas von dieser famösen Rivington-Hospitalität. Oh, shit. Ähm. Du bist sicher, dass du das hast? Das sind drei. Das sind vier. Und, okay, das ist auch Stufe 8. Das ist gar nicht so wenig. Ne, das sind vier. Das ist auch noch einer. Ähm. Wir können erstmal hier nach den Nebelwolken. Wir sollten wieder da hinten hinmachen, ne? Ähm. Wir können uns nur verstecken oder das. Äh, doof. Ich werde aber mal kurz hier was passiv. Nicht töten. Ich schlage jemanden bewusstlos, umstatt ihn zu töten. Man muss unbewacht oder mit anderen Nahkampfwaffen geschehen. Ich muss jetzt Leute mit Nahkampfwaffen kaputt hauen. Senken Strahl kann ich jetzt noch nicht. Oh, ja. Du bist das nächstes dran. Und dann du. Okay. Du da hinten. Na gut. Dann kann ich aber, glaube ich, trotzdem mich da anstirmen. Das darf ich nicht. Aber. Ich darf ihm trotzdem einfach eine geben. Und ich kann ihm sogar noch bluten lassen. Achso. Aber beißen kann ich jetzt nicht mehr. Da, weil ich jetzt mich geportet habe. Hätte ich aber eher springen können. Wobei das gleiche Bedeutung ist. Endischer Fehlschlag. Finde ich gut. Anthropischer Schutz. Dammit. Immun gegen einfaches Gift. Verängstigt. Oh, wow. Das ist ein Barde. Oh, lol. Ähm. Rollen. Und wir nehmen die Nahkämpferin wahrscheinlich. Ich würde ihm ja sagen. Ich könnte direkt mal den Ansturm machen. Ich bin zurückziehtlosen Angriff. Nice. Versuchen wir sie auch noch zu bluten zu bringen. Hier geblieben. Nicht weglaufen. Oh, das ist. Berserker. Da hätte ich vielleicht mein Dieb nicht. Also mein Astario nicht direkt. Reinballern sollen. Und mein Astario keinen Abseitsangriff gemacht. Göttlicher Schlaggift und ne geile Weapon. So. Dann erwischen wir euch beide noch damit. Ich lauf hier rüber. So ein anderer tanken. Oh. Mir fällt gerade auf. Wenn sie jetzt nochmal dran ist, können sie schon sterben. Ja. Ähm. Du bist auch nicht tödlich. Und du kannst doch jetzt... Ah, du bist verängstigt. Du kannst... Ach. Dadurch geht's nicht. Okay. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Aber dann können wir trotzdem hier mal das machen. Und du kannst dich nicht bewegen, ne? Da war was. Das war ja mal ein guter Port. Das war ja mal ein guter Port. Badische Inspiration wieder. Passiv. Okay. Das ist für alle aktiv. Das hat leider nicht gereicht. Ich glaube, dann sterben sie jetzt alt. Nichts wird in meinem Weg stehen. Ich will sie nicht durch die Durchwolke sterben lassen. Ich bin hier kein Mörder-Robo hier. Aua. So. Du hast noch 9 und du hast noch 16. Passiv ist an. Dann versuchen wir doch dicht zu hauen. Damit ist er nämlich hin. Let's go. What? Ähm. Warum kriegen die dieses Damage außerhalb des Kampfes? Also außerhalb der Kampfrunde. What the fuck? Was passiert denn da? Ach, weil der Charakter nicht mehr im Kampf ist. Oh, scheiße. Das ist ja dämlich. Ja, jetzt kriegen die im Kampf Damage, weil der andere Charakter nicht mehr im Kampf ist. Ey, what the fuck? Aha. Sehr sinnvoll. Wait, ich hab Schattenherz angegriffen? No, ich wollte nicht Schattenherz... Oh, fuck. Ich hab Schattenherz angegriffen. Das ist doch dämlich hier. Kann nicht bitte die ganze Welt in Runden funktionieren? Was soll das? Warum funktioniert nur die Hälfte in Runden? Das ist so dumm. Ich hab jetzt irgendwie 20 Runden Damage gefressen. Meine Fresse. Bin 20 Runden Damage gefressen, obwohl ich dafür... Also... Obwohl der Charakter K.O. geschlagen. Weil ich den falschen Charakter K.O. geschlagen habe. Oh, man. Oh, fuck, ey. Ich bin ein Bewegungsrad, aber wir springen, glaube ich, schon. Können wir ihm einen Vampirgriff geben, können wir uns aber ein bisschen heilen. Du solltest mir nicht deine Reaktion gemacht haben. Du bist wieder verängstigt. Hm. Werden ja wohl nicht 48 rollen, oder? Nicht bei 30%. Nope. Nichts davon gerollt. Zurück. Ah, der ist wie ein Schurke, oder? Der kann sich zurückziehen und angreifen, die Sau. Wir sind tight. Okay. Dann... Hauen wir dich. So, auch K.O. Sehr schön. Weg ist überhaupt nicht unterbrochen. Ich sehe sogar, dass der Weg nicht unterbrochen ist. Das Spiel macht mich fertig, ne? Ach, die Tür zählt das Weg unterbrochen. Ich kann nicht durch Türen springen. Och, Mann. Och, Mann. So. Und ein Verursacher. Let's go. Und ein Verursacher. Let's go. Unangenehm. So. Jetzt die Frage. Kann ich mir den 6. Ich kann mir jetzt mal einen schaurigen Strahl machen, oder? Mir nicht wegschieben. Weg ist unterbrochen. Was? Och, Spiel. Machst mich fertig. Nicht genug Platz. Spiel. Du machst mich fertig. Ich muss einen Weg nach vorne finden. Wir können hier raffinierte Aktion Sport machen. Und dann können wir ihn einfach zippen. Ist nicht erreichbar. Doch. Ist er. Da. Ich zeig's dir. Ich zeig's dir. Zing. Zing, zing. Okay. Spannend. Zing, 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 zing. Niemand hat mich noch verholt. Geh' dir auf. Wir haben sie nur bewusstlos geschlagen. Kein Mörderhobo und so. Fluten dürfen wir es aber trotzdem. Okay, wenn ihr irgendwas hinfluss dabei hättet. Welcher Weg liegt vor mir? Und die Flutze. Die Flutze sind höher. Das ist alles. Wir sehen uns. Wir sind in Berlin. Es ist so viel falsch mit diesem Namen. Du wirst du in einem großen... King... King... Was? Klinklong? Das ist ja ein super Name. Klinklong. Ich zeig's dir. Das ist ja... Sienovia-Dork. So richtig spannende Sachen. Wir reden jetzt nochmal mit dir. Was geht denn hier bei dir jetzt ab? Du gewonnen. Du gewonnen. Was würdest du für mich? Ich will, dass die Familie bleibt. Ihr habt doch sicherlich Zimmer für sie. Ihr habt doch sicherlich Zimmer für sie. Kommt schon. Ja, das finde ich schon. Well, mit Zenobia und den anderen weg, ich glaube nicht, dass du nicht für eine Antwort nehmen würdest. Alles klar, sie können bleiben. Bist du jetzt glücklich? Jetzt muss ich herausfinden, was ich mache. Ein Blum kann warten. Nach dem, was du mich durchgebracht hast, brauche ich einen Drink. Du musst nur von außen rein. Ich sehe jetzt gar nicht direkt, dass es hier runtergehen würde. Und das ist der Typ, der darauf geht, okay. Oder geht es hier in den Keller. Da geht es hier in den Keller. Das ist Tarion. Schloss knacken. Moment. Wir machen die Tür zu. Jetzt kannst du Schloss knacken. 18. Let's go. Schicken wir ja wieder hin. So, was passiert da unten jetzt? Zarrion. Entschärfen. Bitte. Danke. Das ist hier ein Ball. Wo? Achso, da. Tarion. Entschärfen bitte. Be careful. Wir müssen ja alles entschärfen. Das dauert jetzt einen Moment, Leute. Gegenstand erhalten Walknames. Kriegen die Sachen sogar, die wir hier entschärfen. Sonst gehen die mir nur kaputt. Wenn die Sachen entschärft. So. So. Wenn wir die Sachen... Das sind wieder die nächsten Traps. Dreimal Warnemo fehlgeschlagen. Ach du Scheibenkleister ey. Wir werden ein bisschen das Tarion rumlaufen müssen. Be careful. Es gibt Traps. Yo. Wenn hier irgendwas losgeht, explizit wird der ganze Boden. Der ganze Keller auf einmal. BK. Der Traps. Der Traps. Der Traps. Der Traps. Der Traps. Der Traps. Wenn ich ne Eins will, glaube ich, schaffen das immer. Das sind, glaube ich, Dinge, wo es entweder schwerer sein müssen, oder der Spielleiter sagen würde, ja, schaff's schon. Also, ja, klar, die kannst du nicht einwürfen, aber die... Das sind fünf Prozent. Wenn's ein balancierter Würfel ist. Da ist noch ne Förder. Oh, ich hab jetzt nicht das... Ja, da ist die Eins. Vielleicht nicht wieder, dass das losgeht. Das ist immer die Inspiration, weil wir eh vier davon dürfen. Haben. Ich hab mich grad beschwert, ne. Ja. Okay. Ja. Ja. Bin ich reingelaufen. Die unmöglichen, aber wahren Abenteuer des Tännevors und Morgang. Öllahmbereiseführer der Schwertküste. Hat Boom gemacht. Hat Sachen zerstört. Warum hat er hier überall in seinem Keller so ne Scheiße hingebaut? Was ist jetzt ja wirklich? Da wir haben nur Glück gehabt, dass es schon relativ viel entschärft hatten. Sonst wär's ein schlechter Ergang. Anweisung von der Spende. Warum? Also hier ist bestimmt wieder irgendein Müll drin. Und nix Wertvolles, so wie ich das kenne. Ben senden. Erpresserbrief. Mal vor, das Paket wartet noch immer bei Felogy auf euch. Wehe, ihr kommt wieder zu spät. Sonst fragen wir uns noch, ob ihr der Sache wirklich so treu dient. Wie ihr das Vogel holt, ist ab. Steckt es in die Teddybären. Spendet. Simpler geht es kaum. Wenn es morgen noch hier ist, stopfen wir euch damit aus. Wie ihr wisst, haben wir jede Menge davon. Sein Feuerbärenstrahlen. Woklins. Bei mir riecht es sehr verbrannt. Ich muss mal kurz gucken, was bei mir abgeht. Hier riecht es super verbrannt. Und... ... 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 Beutel gehen. Einweisung für eine Spende. Lesen wir das mal durch. Spenden für Flüchtlinge, bitte verteilen. Da ist noch was, was wir lesen können. Aus die Unmögliche, aber wahren Abenteuer sind übermorgen. Einem Schund- und Fortsetzungsroman, der die tatsächlichen Erlebnisse des Kapitäns eines Impfmanns... Achso. Das brauchen wir jetzt glaube ich nicht. Eine Menge Bälle. Kriegstrommel, Handtrommel. Ok, jetzt weiß ich glaube ich, warum er hier so viele Fallen aufgestellt hat. Oh-oh. Oh-oh. Oh, ist hier eine Falle? Eine Falle? Aber jemand, der nicht Besucher hat. Gong. Ja, Gong mal. Kiste öffnen. Okay. Ich glaube, wir haben gefunden, was es hier unten zu finden gab. Würde ich behaupten. Ich war sicher, dass wir uns geimpft haben. Wir haben die Kinder. Oh, eine Perle. Oh, eine Perle. Oh, das wird nämlich Lumi die ganze Zeit machen. Ich bin nicht ganz sicher, warum du uns so standest. Aber ich werde nicht sagen, dass ich mich nicht dankbar bin. Danke. Und ich werde Horm dich behaupten. Ich bin viel mehr interessiert, als die Bälle und die Pfanne. Ich bin viel mehr interessiert. Aber ich werde sicher machen, dass Cinta die Pfanne auf die Grenze weiß. Okay. Es liegen halt hier dauerhaft K.O. geschlagene Leute rum. Das ist mit dem Karawanen-Ochsen. Was geht denn bei dir ab? Die Karawanen muss weiterk Graphаб. Geräusch. Die Operatnehmer. Tür hat es soft. Es soll besteh. Bürger, 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 Bürger. Was geht hier bei euch ab? Bürger, 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 was denn da bist du denn? Ähm. Ich will übrigens verkleiden. Als starker Draw weiblich. Starker Draw männlich. Als Drachenblütiger. Ja, ja, wir sind ein Drachenblütiger. Guckt, schaut wie hü... lol, wie die Maske dann ganz anders aussieht. Das ist ja lustig. Die sieht sogar ziemlich aus, der Maus an dem Drachenblütigen. Aus, dass die Nase durchkommt. Oder es ist Absicht, dass der Mund durchkommt. Warte ich nicht. Was bist du denn? Stinkt aus Cheese. Zwischen seinen Päckchen. Wie leckerst du dich? Was in der Hölle ist alles das? Das ist ein Necessity, gut, Sir. Der Stilwatch liebt, dass das sweet Rivington nicht existiert. Also haben wir entschieden, dich zu retten, liebe Patreons. Haha, keine Lust zu uns zu bedanken. Du wirst in die Beine, wenn ich diesen Batch gemacht habe. Nächster! Ähm, fuck? Hallo, hallo, hallo und willkommen zum Circus des letzten Tags. Der finest extraplanar-Cirkus, der es ist. Ähm, ein Circus! Können wir gehen? Oh, äh, äh, das ist Benjamin. Sag hallo, Benji! Mäats! Benji hier checkt alle unsere Patreons, um sicher, dass keine von euch viciöse Mörderer sind. Hm, can't be too careful. Aber enough of this. The Circus is a place of joy and distraction. So, äh, come inside and forget your worries. Gut, gehen wir rein. Aber ich glaube, hier gehen Dinge kaputt. Benji, du musst nur checken, ob du ein viciöses Mörderer bist. Benji? Hä? Äh, könnte ich schon ein bisschen Mörderer sein. Benji schmeckt wie Piss und Iron. Kein Lieg. Oh, das ist ein Erstes. Normalerweise würde ich dich inbauen, aber in diesen Zeiten kann ich keine Chancen nehmen. Geh weiter, kein Circus für dich. Täuschen? Ich bin mit Fürst Gortash befreundet, was er wohl sagen würde, wenn ich das euch berichte. Hm. Da sehe ich uns. Täuschen und so. Ich bin ein Täuscher. Let's go. Ähm. Ups. Ach, die drei ist überhaupt kein Problem. Oh, warte jetzt. Nicht zu heistig, soll ich? Einer Freund von Gortash ist ein Freund von uns. Willkommen zum Circus der letzten Tage. Hab Spaß und sicher, die Star unserer Show zu sehen. Dribbel ist der Clown. Lavendel und Thymian, wenn es inspiriert. Aber ich glaube, ich mache mal das wieder irgendwie. Kann ich die Verwandlung eigentlich auch wegmachen, komplett? Hier, Gestaltwandel beenden. Halten ist bei 170 EP dafür. Holy. Habt ihr diesen blöden Ghoul an der Entrance gesehen? Sie schnappern uns aus allen Dingen. Welchen Art von Circus ist das? Ja, der Zirkus wirkt auf mich auch ein bisschen komisch. Ich will, die Dribbel sehen, aber ich mag nicht das Monster an der Tür. Kann ich verstehen. Was ist denn, was geht denn hier noch ab? Geil, die Zirkusleute haben bestimmt auch irgendwie Dreck am Stecken. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da gibt es doch safe noch irgendeinen Tricky Trick. Zirkus der letzten Tage. Okay. Zara, die Mumie. Motive kennen, versuchen, ihre Handbewegungen zu deuten. Gedanken waren, ihr Gedanken lesen und versuchen, ihre Absichten zu erkennen. Durch ihre Handbewegungen zu deuten. Sie hat ja offensichtlich was gemacht. Da können wir aber versuchen, ihre Gedanken, ihre Bewegungen zu deuten. Nice. Du merkst, sie ist miming, die Schminkfarben aufzunehmen. Sie hat sie zu kaufen. Ah, du kannst Schminke kaufen. Okay, färbemittelüppiges Weinrot. Babyblau und Gold. Babyblau und Gold hört sich awesome an, ehrlich gesagt, eigentlich. So eine Kombination aus hellblau und Gold. Schminkfarben, diese Ausnahme von Schminkfarben macht ein Anwender zu einem bunten Narren, fast wie Magie. Flammiges Rot, Ozean, Purpur, Entfärber, Verkleidung, Ausrüstung, grüne Farben. Üppiges Weinrot, diese Färben mit einem Ausrüstung hingestellt, um die Farben von Stoff, Leder und sogar Metall zu ändern. Wir könnten die Sachen verkaufen. Wie zum Beispiel die ganzen Steinchen. Der ganze Anfallkram. Der ganze andere nutzlose Schund. Silbermesser. Tadellosen Sandalen. Nicht, dass ich noch Holzkohle brauche. Ich brauche keine Flasche mehr. Behalte es aus Notizen. Behalte es aus Notizen. Brief, 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 Brief. Das absolute Ende. Das ist eine Durchnummerin, das kann man aber in Sicherheit verkaufen. Die Dinger hier unten können wir alle verkaufen. Mit sehr großer Sicherheit. Seelenitisches Gebetsbuch. Tagebuch der Haarigen Henry. Ja, Tagebücher. Lohnpfeile brauchen wir auch nicht mehr. Bügelriesenstärke. Betranktes Sprechen mit Tieren, warum man einen Sicherheit down hat. So viel von denen hier. Die brennenden Händen, da braucht man nicht mehr als eine Stufe 1 Zauber. Zumindest maximal noch einen. Würde ich behaupten. Da ist hier der OK erkannt. Grenzlose Fokus. Öle, Prozession. Tanzende Lichter. Ich habe das Gefühl, Tierfreundschaft, Eismässer, Gewundbarkeit durch Wuchtschaden. Haben wir wieder ordentlich Kohle gemacht, glaube ich. Viel Spaß damit. Wir werden euch aber nichts abkaufen. Du bist einfach ein Händler. Ich das richtig sehe. Nichts Besonderes sonst. Na gut. Was geht bei... What? Hallo? Wer bist du denn? Wurde! Wurde! Ein Dschinn, das muss ein weiter Weg von der Elementar-Ebene in die Luft gewesen sein. Ja. Schau. Ein Kabi-Wiehl von Wundern. Schau. Um Preise zu über deiner kleinen Erinnerung zu gewinnen. Und um dein miserabendes Leben mehr besser zu machen. Na komm, können wir wenigstens einmal machen. Für 500 Gold. Ich bin mittlerweile vorsichtig, mit welchem Interplanetar-Ebene ich mich abgebe. Was kann ich denn gewinnen? Akabi hat über die Pläne reingelt. Er brennt und allkontriert. Winnst du die Spiele von solchen Konquest. Oder, wenn Glück auf dich schreit, winnst du den großen Preis. Der Jackpot. Der wäre doch eigentlich Astarion viel besser, oder? Ich bin mir vorsichtig, mit welchem Interplanetar-Ebene ich mich abgebe. Und der Kabi pittiert dich. Begegnet, miserabender Ein. Wow. Ähm, wir gehen mal irgendwie an, dass wir auch das Gesicht sehen können. Und dann wäre für mich Astarion sinnvoller, weil er tricksen kann. Und, ne, Fingerfertigkeiten sein. Äh, was ist der Jackpot? Keine mehr Fragen. Spinn oder nicht. Mir und meinem miserablen Leben geht es gut, danke. Möchte das Rad trennen. Oh, das machen wir gar nicht selber. Er ist Pinn für uns. Du merkst, dass du ein Glint in Akavis Beard. Als es gläht, das Rad fliegt weg vom Jackpot. Er ist schützt. Ach so, das Rad ist ein Glint in Akavis Beard. Aber du könntest das haben. Du würdest mich verabschieden, Karbi, Destroyer von Planen. Ich fühle mich aber sehr dankbar. So werde ich es vergessen und werde dir wieder schlafen lassen. Oder ich kann dich in etwas schlafen lassen. Schöne! Der Spongy-Mortal, zurück mit einem Seat! Ich weiß schon, dass er ge- dass er cheatet, oder? Alas! Nein! Jackpot für dich! Ugly one! Du bist willkommen, Pew! Okay, gefällt mir wohl nicht auf. Magische Walnuss. Magische Walnuss? Zwei Lagervorräte. Pfff! Oh, Mann! Haben wir tausend dafür bezahlt gerade, ne? Er hat nur so Schatzkisten. Kann gerade nicht genutzt werden. Ey, wir sind hier bei einem typischen, wir verarschen die Zuschauer. Alles klar. Nicht jetzt! Ich muss musikalische Unterstützung für Miss Silvertung. Okay. Biola Silvertung. Biola Silvertung, bei deinem Service. Oder ich werde, wenn mein Set fertig ist. Ah, gut. Ähm. Okay, ihr macht noch weiter. Wer bist'n du? Haha. Mr. Haag. Ich komm mir bekannt vor. Ich komm mir bekannt vor. Dich mal verprügelt, oder? Find ich doof. In Akt 1. Darling! We have a customer! Ahem. Is your camp drab? Dreary? Then you have come to the right place. Browse our bespoke Tony and Boney Creations. All commissioners statue in your likeness. It is our most sought after service. Steini und Knochi, wer seid ihr? Was? Oh, du sollst zufrieden und zufrieden. Ich weiß es. Was hast'n du so? Fleisch zu Stein. Oh, die hätte ich wahrscheinlich die Edelsteine besser verkaufen sollen, ne? Stein, wann? Hab ich eigentlich noch andere Sachen zu verkaufen? Netzgranate. Sowas zum Beispiel. Fang. Ja, und den Besen könnt ihr haben. Danke. Ähm. Das sind die Tagebücher. Seloniten. Blumsy wumsy. Ne lauter. Oh, hier. Da hab ich noch Sachen zu verkaufen. Könnt ihr haben. Das ist gar nicht so viel Gold. Vergiss es. So viel Gold hast du. Wann? Naja. Ich kann nicht erzählen, wer du wüsst. Ah. Der Abenteurer zurück. Meine Wälder wird erinnert. Sichtstrukturen so einzeln wie eure. 5000. Oh. Steine. Das ist ja cool. Wer bist du denn? Okay, mit dir kann ich nicht reden. Schade. WTF? Du wolltest auch nicht, wenn du nicht mit mir reden. Kann ich verstehen. Poppa. Hallihallo. Au. 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 Das sieht aus wie ein Mini-Tracker. Ich bin kein Hobgoblin. Ich bin kein Hobgoblin. WTF? Ich habe viele Hobgoblin. Und Magik. Und Junker, die ich finde. Oh. Oh. Ich nehme nur Junker aus den mittenen Menschen. Hm. Ich bin nett. Was bist du ein Echsenmensch? Wie häufig plündet ihr denn Leichen? Oh. Viele Male. Die Bieste hat ein Kindes den letzten Tag. Und ich habe ein paar gute Sachen. Ich, ich, ich meine. Aha. Circus ist sicher. Na klar. Mach dich nicht. Ja. Na klar. Sogar, was du hast. Ja. Ich habe viele Sachen. Nur für dich. Ich erinnere mich an. An das Meme mit der Katze. Haswares und so. Exile psychische Assistenz. Behältst einen Bonus auf plus eins auf Angriffswürfe, wenn du eine Waffe wirfst und kannst mit dem Ziel die Position tauschen, sofern es bei einem geschicklicher Transwurf scheitert. What? Actually cool. Purpur Wurmschlund. B hier Schuppen. Richtig viel geplünderte jetzt aber nicht. Würde ich sagen. Aber er hat wieder tausend Kohle. Ähm. Hier. Kann ich den ganzen Scheiß mal loswerden. Würde ich sagen. So. Wir haben hier noch jede Menge Sachen, die wir glaube ich nicht mehr brauchen. 6 bis 17. 6 bis 15. Dann haben wir alle bessere Sachen. Kurzschwert des ersten Blutes. Getyanki Kurzschwert. Toten sprechen können wir anders machen. Trank der Geschwindigkeit. Drow Gift. Magier Bannöl. Ungewand. Kann nicht schockiert werden. Im Mund gegen Blitzschaden. Wyvern Gift. Krodisch Resistenz. Zertrümmernder Pflege. Kann ja auch wahnsinnig werden, wenn er nicht weiterhin in jedem Zug einen Feind trifft. Catherix Kriegshammer. Zauberfunkler. Zertrümmernder Pflege. Mondlichtglaive. Moment. Das ist 7 bis 21. Und das ist nur 8 bis 20. Achso. Aber das ist, weil er das einrechnet. Den extra Damage. That's why. Hat er auch kein Geld mehr. Sehr schön. Tschüss. Tschüss. Komm zurück. Viel Spaß mit den sehr hochwertigen Waren und vielleicht dem ganzen anderen Shit. Hau! 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 Lucille! Hau! 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 Ich könnte daran liegen, dass es eine Nekromantie ist. Geil. Krippel und Krabbel. Die unmöglichen Wahnsinn. Schriftvolle Knochenkater. Die Seite kommt es an der Nekromantie. Zirkusplakat. Polente Truhe. Ja, wir sind ja nicht so jetzt die Diebstähle. Wir sind ja die Täuscher. Von daher würde ich jetzt da mal nicht reinrennen und versuchen Sachen zu klauen. Auf der anderen Seite. Hier hinten ist eine Eisentür. Und hier kann man offensichtlich noch wohin. Hm? Let's crack it open. Let's go. Geschafft. So, ich würde aber sagen, das Reingehen müssen wir uns für nächstes Mal aufheben. Weil ich eigentlich schon überfällig bin. Ich hatte eigentlich gesagt gegen 13.30 Uhr. Ich wollte ich spätestens aufhören. Wir wollen heute noch wählen gehen. Und ich muss mir noch angucken, wie und warum wählen muss. Weil bei uns ist es auch ein Bürgermeister wahr. In diesem Sinne würde ich mich von euch verabschieden. Ich beende das Spiel, damit ich das nicht vergesse. Tschüss. Tschüss. Tschüss.